Wir danken uns recht herzlich bei der SmartTadel beim David für die Unterstützung. So. Ich bin überfordert. Leo, dein Tolino-Tab, hast du es bekommen? Ja, ja, ja. Ich habe dir eins. Du kannst mir ja schon eins zukommen lassen. Ja, ich habe dir eins geschickt. Direkt auf hugendubbel.de bestellt. Ich hoffe nicht. Ich habe ab jetzt Angst. Das musst du verschenken zu Weihnachten 2014, wie du weißt. Ja, richtig. Wenn der Paket mal klingelt, habe ich jetzt Angst. Wenn. Bei mir kommt er auch samstags. Ja? Hast du da irgendwie Spezial-Deal? Nee. Musstest du Ping-Pakete schicken? Nee. Mein Paketmann, der spricht nur Italienisch. Okay. Ja. Also, ich glaube ja, ich habe zwei verschiedene Paketmänner. Der normale, der unter der Woche kommt, ist ein Marokkaner. Der ist super, der ist lustig, der flucht immer und schimpft mit mir, weil ich nicht runterkommen will, sondern er die Treppe hochkommen muss. Der ist super. Aber ich glaube, am Samstag kommt ein anderer. Und der hat dann irgendwie, wir wissen es. Wenn er dann kommt. Naja, er ist schon in der Gegend. Ich sehe ihn ja dann. Schauen wir mal, was morgen passiert. Nee, aber das Tolino-Tab ist ja, Tolino-Schein ist quasi die Paperwhite-Konkurrenz von Tolino. Mit E-Paper. Mit E-Paper und Beleuchtung und so. Leo, großer Fan. Ja, sehr großer. Ich habe jetzt gesehen, in so einem Laden, in so einem, das war kein Weltbild, aber so Weltbild-Trash-Handlung. Wie heißen die denn? So diese Mängel-Exemplar-Läden. Ja, Gidobel. Jokers. Jokers heißt es. Oh. Oh, stimmt, ja. Jokers. Ja, da liegen schon jetzt die Flyer für Weihnachten 2014 rum und man möchte sich bitte ein Tolino-Tab kaufen. Das gibt es auch in 7 und 9 Zoll oder sowas. Das ist das Android-Ding wahrscheinlich. Das ist ein Android-Ding und das hat so ein Quad-Core und Kameras und alles und irgendwie Review of FutureZone.at. Ich habe noch nie so ein langsames Tablet gesehen. Das ist unglaublich. Man kann damit sehr viele Sachen machen, aber zum Beispiel, was nicht geht, laut Fokus-Review, ist Seiten in den Büchern umblättern. Fokus-Review? Fokus, ja. Na gut, da würde ich jetzt auch nicht allzu viel Wert auflegen. Aber dieses Tolino-Ding, ich meine, da kannst du dein Mängelexemplar schon auch draufkleben. Ja. Also so ein Mängelexemplar-Aufkleber wie auf den Büchern. Was kostet es denn? Ja, mit einem Stempel, genau. Das kostet so um die 200 kosten die Dinger. Okay, für so ein Android-Tablet. Android-Tablet. Was so Android-mäßig. Das ist jetzt kein ungewöhnlicher Preis. Man würde denken, da würde man was Vernünftiges oder halbwegs okayes für kriegen können. Also es ist wohl so Android-mäßig halbwegs okay, weil das ist halt nur irgendeines, was sie sich aus Asien bestellt haben. Ja. Was wohl katastrophal wirklich ist, ist die Tolino E-Book-Reader-App, die dabei ist. Verstehe. Eigentlich ist das Kernstück Software. Und so der Touchscreen-Treiber ist wohl auch nicht hundertprozentig optimal. Also gerade wenn du jetzt so Flappy-Bird-artige Spiele spielen willst, wo du häufig tippen musst, dann werden halt diese Tabs geschluckt und nicht verarbeitet. Tja, das ist natürlich bitter. Also hast du jetzt eins ausprobiert selber oder? Nee, in dem Laden gab es nur Leerhöhen, wie sagt man Leerverpackungen, steht auch drauf, so Leerverpackung. Aber und es ist schon reduziert und es steht drauf, es stehen Flyer rum, man möchte sie an Weihnachten 2014 verschenken. Wir würden doch mit Freuden, würden dir doch ein Presseexemplar dir zukommen lassen, oder? Also vom Schein habe ich ein Presseexemplar bekommen. Ja. Aber. Dann lass dir noch eins vom Tee geben. Danach hast du wahrscheinlich keins mehr bekommen. Ja gut, also ich meine, das Ding war schon ein Arschträum. Mich wundert es, dass es wirklich überhaupt noch verkauft wird. Ja, es wird ja nicht verkauft. Das ist ja schon dreimal reduziert inzwischen. Wieso? Ja, weil ich meine, das kann auch niemand bei halbwegs klarem Verstand verkaufen. Also ich meine, das ist wirklich absurd, dieses Gerät. Das ist wirklich indiskutabel. Ich weiß auch gar nicht, warum wir immer wieder zu dem zurückkehren. Ich finde es relativ amüsant. Müsste der aus unserem Vokabular gestrichen werden? Also ich war, ich habe wieder gedacht, zuerst du machst irgendeinen Scherz, als du diesen Tolino Tapp aufgefahren hast. It's VTAP all over again. Ja. Wie hieß diese Bude, der mit dem Schal? Schal? Ach so, ja, die VTAP-Bude? Ja. Symphonie, nee, doch so ähnlich. So ähnlich. Ja, so irgendwas. Synopsis, nee. Aber ich glaube, die Seite ist noch online. Wenn du jetzt auf, wie hieß es denn? VTAP? VTAP. 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 Erst hieß es VTAP, dann hieß es VTAP. Schauen wir mal, ob die Seite noch da ist. Ja, ist noch da, aber es schaut eher. Mach mal VTAP. VTAP GmbH. Das ist schon VTAP. VTAP GmbH. Schauen wir mal. Das ist, man merkt, also der Erfahnen der Hörer weiß, es gibt einige Klassiker-Themen hier bei Witz und so. Neophonie. Neophonie. Neophonie, aber hier die Domain, diese hier. Oh, ja, die ist sehr, sehr schön. Ist s361213037.online.de. .online.de, jawohl. Ja, die Seite ist noch da. Da ist er. Funktioniert noch. Schön. Offene Software, basierend auf Mego. Ist das ein neues? Das ist doch ein neues. Das war doch ein neues. Aber es ist ein altes Twitter-Logo, ein ganz altes Twitter-Logo. Das kann nicht neu sein. Mit Atom, Mego und Forti2? Forti2? Forti2. Oh. Ist das, gibt es die Stern-App noch? Funktioniert die noch? Ich habe da noch ein Abo. Es könnte aber auch sein, dass das irgendwie jetzt eine Art freie Version ist. Also eine Art Open-Source-Relaunch des ganzen Dingen. So, ja, so Open-Source-Projekte landen. So eine Art Source-Forge. Also wenn keiner sie mehr haben möchte, die Projekte, dann landen sie irgendwann auf Source-Forge. So wie der Postillion-Ersatz für die Tagesschau ist. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wirklich ist es gerade so, ob es irgendwie die Open-Source-Variante ist, bevor das Projekt dann ganz stirbt. Oder auch hier von HP, ne? War ja auch, ne? Ja, hier, Touchpad. Genau, Touchpad. Ist dann irgendwann Open-Source gegangen, da weiß man schon, in Open-Source-Friedhof, da gehen die Tablets hin zum Sterben. Friedhof, da kuschelt Tablets. Und wir haben einen Sendungsspiel. Gut. Tolino Schein, Tolino Tapp. Jetzt haben wir es durch. Ja. Ich bin eigentlich nur drauf gekommen, weil der Hugendubbel am Marienplatz macht zu, was tatsächlich ein schöner Buchladen war. Wie wird der ernsthaft? Ja, ja. Die wollen dann einen neuen Hipster-Schweineladen reinbauen und der Vermieter will mehr Geld und deswegen machen sie den zu. 2016 erst. Ja, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass das nicht mehr ganz so geil funktioniert, dieses Business. Nee, also der Buchladen, der war tatsächlich ganz hübsch. Die hatten solche Leseinseln, die hatten so ein etwas spaciges Treppenhaus mit so 70er-Jahre. Ufos sieht so ein bisschen aus wie der Senat in Star Wars mit solchen Pods. Richtig, ja. Und da konntest du dir halt ein Buch nehmen. In den 80ern waren die auch nicht eingeschweißt. Da konntest du einfach dich reinhauen und lesen. Das habe ich damals auch gemacht. Das machen ja nach wie vor viele Leute. Also der Hugendubel in Würzburg ist auch sehr, sehr schön und auch immer knallvoll. Und da hocken auch immer alle da und so auf so einer riesengroßen roten Leselandschaft irgendwie. Also das Konzept Buchhandlung ist noch nicht tot. Das wird auch noch so bleiben. Ich glaube, es funktioniert halt nicht mehr ganz so gut. Ja, wenn es halt nicht zu viele sind. Also es gibt halt klar so eine Art Sterben, der hat einen Buchhändler. Das ist klar, das ist tragisch. Aber sag mal so, das ist Lesekultur generell und Einzelhandel. Das wird schon noch Bestand haben. Aber wenn du jetzt mal vergleichst, so der schöne Hugendubel am Marienplatz mit Komm rein, setz dich hin, lies mal was. Versus so ein Quatsch-Einkaufszentrum-Hugendubel, wo irgendwie nur 20 Stapel mit den Bestsellern und irgendwie 40 Shades, 50, wie viele Shades? 50. 50 Shades rumlegen, dann kannst du dir auch schenken. Ja. Da kannst du auch zum. Da kannst du auch online machen. Um Amazon gehen. Ja. Gut.